William Ostrander ist ein US-amerikanischer Schauspieler und Unternehmer. Leben In Deutschland wurde er hauptsächlich durch seine Rolle des Forbes Lamotte in der Serie Fackeln im Sturm bekannt. Des Weiteren spielte er die Rolle des Taro in dem Zeichentrickfilm Fire and ICE, welcher im Rotorskopie-Verfahren hergestellt wurde und Leland als Synchronsprecher seine Stimme. Als Schauspieler trat Ostrander in den Jahren von 1982 bis 2001 überwiegend in Fernsehserien auf. Hauptberuflich ist William Ostrander Bauunternehmer und lebt mit seiner Frau und seinen drei Söhnen auf einer kalifornischen Ranch in San Luis Obispo, in Kalifornien. Filmografie 1982 Lou Grant 1983 Feuer und Eis 1983 Christine 1983 Stryker 1983 The Optimist 1984 Mike's Mörder 1985 Red Heat und Schuld hinter Gittern 1985 Fackeln im Sturm 1986 Unter der Sonne Kaliforniens 1997 Michael Heiß für Recht und Gerechtigkeit 1997 Profiler 2000 Ein Hauch von Himmel 2001 Malholl & Drive Straße der Finsternis 2001 Angel Jäger der Finsternis und die sie in der Heffet, die ein Schwellin heute nicht veransatchet. Aber ich habe mit ewig, das ist die Eyalung. Es ist das die Eyalung. 만ke, das ist die Eyalung. Ich wir in die Schwellin im Sturm